Es muss ja irgendeine Bewandtnis haben. Ich sage 0 und sage 1. Ich weiß zwar nicht 2. Sehen wir mal nach. Das gibt es doch nicht. Damit schuldest du mir noch 1. Das macht er aber öfters. Ich gucke mal, ob das irgendwie eine... 1, ich weiß nicht. 8. Sehen wir mal nach. 8 hat er noch nicht gehabt. Niemand gewinnt. So ein Pech. Das ist voll gemein, weil der mal anfängt. Spielen wir? Spielen wir. Ich klicke mich einfach mal gerade durch. 1, ich weiß zwar nicht. 5. Sehen wir mal nach. Zeig ich da 4 oder zeig ich da... 3. Niemand gewinnt. So ein Pech. Ich versuche gerade herauszufinden, ob es da irgendwie irgendwas gibt, warum man das erkennen kann. Weil ich sage jedes Mal 0. Also ich zeige 0 und sage jedes Mal 1. Und der macht aber immer was anderes. 1, ich weiß zwar nicht, ob du bluffst. Keinen. Sehen wir mal nach. Dann zeige ich dir 0. Ich damit schulde... Spielen wir? Spiel. Okay, wenn ich... Ich gehe da glaube ich irgendwie falsch dran. Es muss irgendwie anders gehen. Wenn ich hergehe... Also der kann im Prinzip aussuchen, wie viel es im Endeffekt ist. Er kann quasi seine eigene Zahl nehmen und einen x-beliebigen Betrag oben drauf rechnen, weil er nicht weiß, was ich zei... Weil er nicht weiß, was ich zeige und es ja auch nicht sehen kann. Schlicht und ergreifend, weil er blind ist. Oh, sorry. Hilfe. Gottes Willen, was soll das? Ein Gänanfall. Meine Güte. So spannend ist dieses Spiel. Nein, Quatsch. Keine Ahnung. Sauerstoffmangel oder so. Und einfach nur über Anstrengung des Hirns gerade. Okay, 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 okay. Der Typ kann quasi wählen, was es im Endeffekt ist. Wenn ich jetzt 0 sage, kann er im Prinzip... Ich weiß nicht, ob das wirklich nur pures Glück ist. Ist das wirklich nur pures Glück? Ich sage jetzt einfach mal 5. Das heißt, wir sind auf jeden Fall schon mal 5. Das heißt, es ist immer ein mehr, aber es ist immer noch eine 1 zu 6 Chance. Und ich kriege die ja nicht niedriger, die Chance, dass ich irgendwie einen... So, nee, so den ultimativen Trick, dass ich quasi eigentlich nur gewinnen kann. Ansonsten ist es ja wirklich eine Chance von 1 zu 6, dass er tatsächlich die richtige Hand zeigt. Ich sage als erstes mal 7. 7. Ich weiß zwar nicht, ob du bluffst, aber ich sage 3. Sehen wir mal nach. Mist, es wäre ein 8. Niemand gewinnt. So ein Pech. Okay. Spielen wir? So geht es, glaube ich, besser. Wenn ich 5 sage, dann wenn er jetzt 1 zeigt. Ich weiß zwar nicht, ob du bluffst, aber ich sage 2. Sehen wir mal nach. Niemand gewinnt. So ein Pech. Spielen wir? Okay, er kann ja auch nichts sagen, aber so kommen wir zumindest näher dran, habe ich das Gefühl. Und er gewinnt nicht. Weil er ja quasi genau das zeigt, was er sagt, dann kann er quasi so nicht gewinnen. Das ist schon mal gut. So haben wir schon mal die... Weil... Weil ich zeige 5. Das heißt, wenn er nichts... Ja, wenn er nichts zeigt und 5 sagt, dann würde er gewinnen. Ansonsten hat er keine Chance zu gewinnen, außer er liegt genau richtig. Was natürlich... Nö. Er sagt immer was anderes als wir. Er sagt immer was anderes als wir. 9. Ich weiß zwar nicht, ob du bluffst, aber ich sage 7. Sehen wir mal nach. Mist. Niemand... Spielen wir? Spielen wir. Warte mal, er hat 7 gesagt und aber 5 gezeigt, sodass es 10 waren. Das heißt... Jetzt muss ich mal überlegen. 10. Ich weiß zwar nicht, ob du... 6. Sehen wir mal nach. Ich gewinne. Damit holtest du mir noch ein Glas Wasser. Kacke. Spielen wir? Spielen wir. Ich dachte, das wäre irgendwie was... Warte, der hat gerade... 6 gesagt und 1 gezeigt. Das heißt, wenn ich jetzt 5... 6? Ich weiß zwar nicht, ob du bluffst, aber ich sage 7. Sehen wir mal nach. Niemand gewinnt. So ein Pech. Spielen wir? Okay, okay, okay. Ich versuche hier immer noch eine Technik rauszufinden, wie das funktioniert. vielleicht soll ich nicht immer die vollen nehmen, sondern einfach mal jetzt 4 und dann 6 sagen. Ich weiß zwar nicht, ich weiß zwar nicht, ob du bluffst, aber ich sage 9. Sehen wir mal nach. Scheiße. Hallo, das kann doch gar nicht sein. schuldest du mir noch... Wieso? Der ist jetzt rausgefunden. Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch völlig unmöglich. Das ist doch gar nicht machbar. Mann, riecht mich das wieder auf. Wieso kriegt das hier raus? So viele Zahlen gibt es doch gar nicht. Es gibt doch nicht so viele Chancen. 8. Ich weiß zwar nicht, ob du bluffst, aber ich sage 5. Sehen wir mal nach. Ich... Damit solltest du mir... Spielen wir spielen. Wieso kriegt er es jetzt immer hin? Das kann doch gar nicht sein. Wieso kriegt er jetzt jedes Mal die richtige hin? Das ist doch irgendwas faul. Irgendwas ist da doch im Argen. Irgendwas ist da nicht richtig. Irgendwas sehe ich nicht. Irgendwas kapiere ich nicht. Irgendwas ist an dem Typen faul. Aber was? Wieso kriegt er es nicht raus? Das Spiel will mich verarschen. Das ist auf jeden Fall so, wenn ich eine Zahl über 5 nenne. Dann weiß der, dass ich mindestens eine 5 in der Hand habe. Dass ich mindestens 5 zeige. Das heißt, der muss im Endeffekt nur eine Zahl über 5 sagen. Ne, wenn ich jetzt eine 8 sage, dann weiß der, dass ich mindestens... Naja, dass ich mindestens... Je höher die Zahl ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, desto mehr Finger habe ich auf der Hand. das heißt im Endeffekt... 5... Ich weiß zwar nicht, ob du bluffst, aber 6... Sehen wir mal... Ich... Damit schuldest du mir... Spielen wir... Spielen. Ich sage 5... Und sage 5... Ich weiß zwar... 8... Sehen wir... Ich... Damit schuldest du mir... Okay, wenn ich 5 sage... Spielen. Und dann nochmal 5, dann trifft er immer 100%ig den Schwarzen. 5... 10... Sehen wir... Wie ist das? Sag ich doch... Ich... Damit schuldest du mir... Okay, 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 okay. Das heißt... Spielen wir... Spielen wir... Ich muss sie so legen, dass die wahrscheinlich möglichst... weit... Auseinander sind. Ich weiß zwar nicht... 8... Sehen wir mal nach... Jetzt sage ich dir eine 3... Ne, eine 4. Ist... Niemand. Spielen wir... Spielen. Das heißt, wenn ich jetzt... Ja, wenn ich jetzt 0 sage, dann weiß der, ich habe nichts auf der Hand. Ist ja logisch. Also ich zeige nichts. Man muss natürlich eine möglichst hohe nennen, damit der meint, ich habe schon was gezeigt. 5... Ich weiß zwar nicht... 3... Sehen wir... Ach, Mist. Niemand. Spielen wir... Spielen wir... Okay, das ist, glaube ich, aber einfacher, wenn ich das nehme. Aber wenn ich jetzt 10 sage, dann weiß der, der muss die ganze Hand zeigen. Weil sonst geht es ja nicht auf. Weil ich kann ja nicht weniger zeigen. Das heißt, es muss irgendwo in der Mitte sein. 8... Ich weiß zwar nicht, ob... 7... Sehen wir mal nach. Mist. Ich damit schon... Spielen wir... Spiel... Mann! Kann nicht so schwer sein. Okay. Ich habe auf jeden Fall eine 1. Das heißt, ich habe immer einen mehr als... Das... Ich habe immer auf jeden Fall schon mal 1 im Plus. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt 6... 6? Ich weiß zwar nicht, ob du bluffst, aber ich sage... Keinen. Sehen wir mal nach. Niemand. Spielen wir? Okay, wenn ich jetzt... Ich habe jetzt kein... Ich habe jetzt 1 Finger. Das heißt, wenn ich jetzt... sage 6, dann... weiß der, man muss über 5 kommen. Das heißt, ich habe auf jeden Fall mehr als... Ich habe auf jeden Fall mehr als 0. Beziehungsweise März. Ich habe auf jeden Fall mindestens 1... Draußen. Ich weiß... 5. Sehen wir... Niemand. Okay. Spielen wir? Er dachte, ich hätte eine 3. 3? 9. Sehen wir mal nach. Jetzt macht er eine 5. Niemand gewinnt. So ein Pech. Ich kapier das nicht. Das kann doch nicht sein. Spielen wir? Ich habe nicht Rall. Das muss doch irgendwie... verdammt nochmal irgendeinen Trick geben. Wieso kapier ich denn das nicht? Das ist doch nicht... Das ist doch nicht... Aus der Haut fahren, ist das. Okay. Ich zeige 2. 3. Ich... 6. Sehen wir mal nach. Ja. Ich... Damit schuldest du mir... Das kann doch überhaupt nicht sein. Spielen wir? Spielen. Ich teste nochmal eben, wenn ich 5 sage und 5 anklicke. 5? Ich weiß zwar... 9. Sehen wir... Dann hat er immer recht. Ich... Damit schuldest du... Spielen wir? Spielen wir. Das heißt, wenn ich... 0... Und 5 sage... Ich weiß zwar nicht... 8. Sehen wir mal nach. Niemand... Spielen. Spielen. Ich lege das jetzt immer weiter. Weil sonst... Wenn ich 0 und 5 sage... 5... Ich 3. Sehen wir mal nach. Mist. Niemand gewinnt. So ein Pech. Spielen wir? Spielen wir. Spielen wir. Moment. Das muss doch irgendwie... Wartet mal. Ich muss nochmal nachdenken. Entscheide dich, wie viele Finger du ausstrecken willst. Ich sage zuerst... Ich überlege mir zuerst, wie viele Finger ich ausstrecken will und sage dann, welche Zahl es insgesamt ist. Und dann zeigt er seine Finger. Und dann wird zusammengerechnet. Das heißt, wenn ich keine Finger zeige... Versuche zu erahnen, wie viele Finger du und OLAG insgesamt ausstrecken werdet. Wenn ich jetzt sage 2... Wenn ich jetzt sage 2... Dann heißt das, dass ich auf keinen Fall 3, 4 oder 5 habe. Das heißt, ich habe nur 0, 1 oder 2. Wenn ich jetzt sage 3... Dann heißt das, dass ich auf keinen Fall 4 oder 5 haben kann. Wenn ich jetzt 5 sage... Warte, wenn ich jetzt 4 sage, heißt das, dass ich auf keinen Fall 5 haben kann. Und wenn ich 5 sage, heißt das, dass ich auf keinen Fall weniger als 5 habe. Das heißt, wenn ich 0 gebe und 4 sage... Dann weiß der, dass ich auf keinen Fall 5 habe. Das heißt, es muss 0, 1, 2, 3 oder 4 sein. 4, ich weiß zwar... 3, sehen wir mal nach. Yeah. Ich gewinne. Ja, verloren! Jetzt schuldest du mir noch ein Glas Wasser. Ich habe so verloren. Spielen wir? Das war schon immerhin schon mal näher dran. Ich versuche nochmal. 4, ich weiß zwar keinen. Sehen wir mal. Ich, damit schuldest du mir... Spielen wir? Ich sollte das nicht... 5, ich weiß zwar nicht, ob du... 4, sehen wir mal nach. Ich gewinne. Damit schuldest du mir noch ein Glas Wasser. Das kann doch gar nicht sein. Spielen wir? Spielen wir. Wieso kriegt der das raus? Wenn ich jetzt 3 sage. 5, ich weiß zwar nicht, ob... 2, sehen wir mal nach. Niemand. Spielen wir? Spielen. 4, ich weiß zwar... 5, sehen wir mal nach. Ich, damit schuldest du... Spielen wir? Spielen. Das ist viel zu einfach für den. Ich kapier's nicht. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Ich bin einfach zu doof für dieses Spiel. 8, ich weiß... 7, sehen wir mal nach. Toll. Okay, wir haben eine ganze Folge damit verschwendet, dieses Spiel hinzukriegen. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie es geht. Und, ähm... Ich klicke mal hier drauf, weil ich jetzt gerade einen Hinweis haben will. Okay, es geht noch um irgendwas anderes. Scheiße, ich dachte, er wird mir dabei helfen. Ja. Äh, er sagt, schau euch die Türen genau an. Das wollte ich jetzt gar nicht wissen. Aber, dann, ähm... Sagen wir mal, machen wir das mal in der nächsten Folge. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.